Passen! Genau deswegen. Und ganz ruhig. Passiert, passiert, weiter geht's. Und wo? Schade. Schade. Tempo nach hinten. Warten, jetzt? Achso. Wunderwurf, schade. Hast du noch? Sehr gut. Drei, zwei, eins. Nicht so weit, Namu, nur bis zur Dreilinie reich. Guterwurf, schade. Hast du? Ach, schade. Weiter geht's. Zurück. Zurück. Renata, schneller zurück. Hast du noch? Und wo? Ach, spät. Aus. Zum Korb. Vier, drei, zwei, eins. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Er macht sich den Ball runter und geht zum Korb. Hey, umdrehen. Edel schmeißt euch auf den Ball da. Es ist noch nichts passiert. Rebound. Nein, schade. Richtig festhalten, richtig festhalten. Vor sie kommen, nur vor sie kommen. Genau, reicht. Und bewegen. Immer bewegen. Schade, weiter geht's. Kannst du mal ein Stückchen nach hinten gehen, damit du die Uhr siehst? Dann kannst du bei der Hälfte mal Bescheid sagen. Wenn die Hälfte so um ist. Okay. Brauche ich nur wegen den Auszeiten, weil ich sehe das von hier aus nicht. Ganz ruhig. Noch zehn. Rebound. Jawohl. Guter Wurf. Sicher den Ball richtig. Schade. Druck vor. Nummer vier. Druck. Zwei bleiben. Nummer vier. Druck. 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 Noch acht. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Schade, weiter geht's. Hast du noch? Nein, schade. Weiter geht's. Ballstoppen. Ganz ruhig, keine Hektik. Warte, bis alle da sind. Geht aus, was wir nicht zum Korb. Ballstoppen. Ja, gut. Gut geholfen war hier. Sehr gut. Ganz ruhig. Ihr habt noch Zeit. Gut verteidigt. Überzahl. Jetzt nicht mehr. Ach, Mist. Ist die Hälfte schon oben? Okay. Okay. Wie, das sind noch vier Minuten? Nee, geht ja gar nicht, oder? Ist es jetzt noch? Dann gib mir mal eine Auszeit, bitte. Hast den Ball mehr? Hinter die... Ja. Gut. Noch zehn. Und zum Korb. Nice. Jawoll. Weiter geht's. Und die vorne machen Druck. Die anderen bleiben hinten stehen. Druck. Rückspill. Druck vorne. Druck vorne. Jawoll. 24. Ja. Schiri, war das kein Rückspiel? Schiri? Nee? Okay. Okay. Zieht das Spiel auseinander. Genau. Wurf. Shit. Oh. Alles gut? Okay. Perfekt. Stellt euch hinten auf. Die anderen haben den Ball. Ja, ja. Rot hat den Ball. Ja, ja. Rot hat den Ball. Ja, ja. Das habt ihr gut gespielt. Weiter geht's. Und vorne mal Druck machen. Gut verteidigt. Weiter auseinander ziehen. Wurf. Schöner Wurf. Schade. Guter Wurf. Schade. Ja, ja. Jawoll. Weiter geht's. Druck drauf. Druck drauf. Jelin, nicht so weit raus. Jelin, nicht so weit raus. Jelin, nicht so weit raus. Nach vorne kommen. Bleib hinten. Ja, bei Einwurf. Ball auf. Aufnehmen. Aufnehmen. Nein. Ah. Weiter geht's. Passiert. 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 Ball aufnehmen. Gut, Clara. Äh, unser Einwurf glaube ich, ja. Unser Einwurf. Bei einem Einwurf. Bei einem Einwurf. Bei einem Einwurf. Bei einem Einwurf. Kommt, weiter auseinander. Ihr seid noch zu eng. Zieh zum Kopf. Nein. 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 Ach so. Komm, hinten aufstellen. Gute Verteidigung. Komm, auf geht's. Ist noch nichts verloren. Oh, okay. Glück gehabt. Ich dachte, er ist so greifen. Da hast du es reingreifen. Ich habe falsch gezeigt. Nein. Deswegen hatte ich mich gerade gewundert. Nein. Nicht schlimm. Sei gefährlich. Sei gefährlich. Sei gefährlich. Komm. Komm. Komm, komm. Komm, komm. Nice, nice, ihr war gut. Und ruck vorne auf den Play. Ruck vorne auf den Play. Ja. Wie viel? Und wie viel haben die anderen? Okay. Wunderwurf. Nice. Weiter geht's. Sehr schön. Druck vorne, Maklara. Druck vorne. Rebound. Jawohl. Ich sehe leider die Uhr nicht, wie lange er noch ist. Ganz ruhig. Guter Wurf. Schade. Nicht durch die... Nicht durch zwei Leute. Ballstoppel links. 18. Gut. Ah, ist die letzte Minute? Okay. Ja, ist richtig. Leider war es richtig. Mädels, denkt dran, ich habe es vorhin mal gesagt. Bleibt beim Block stehen. Und jetzt verteidigen nochmal. Ordentlich verteidigen. Druck vorne. Ja, ist richtig. Und der Einwurf. Ich sehe leider die Uhr nicht. Wie lange ist sie noch? Vier Sekunden. Ah, okay. Vier Sekunden. Danke euch, ja. Drei. Zwei. Ich sehe da die Uhr von hier nicht. Deswegen. Weil ich sehe das von hier nicht. Druck vorne. Druck vorne. Druck vorne. Reboot. Jawohl. Perfekt. Alle anderen nach vorne. Geh durch. Gut. Nicht alle auf... Ja, das ist der Double. Genau. Seid nicht so nervös. Und Druck vorne. Druck vorne. Unser Einwurf. Da geht es vorbei. Und jetzt ruhig. Weiter geht es. Hinten aufstellen. Maria oder Emma bringt immer bitte den Ball nach vorne. Und alle anderen nach vorne. Und macht das Feld breiter. Zieht durch. Shit. Weiter geht es. Ball. Gut. Ganz ruhig. Neu aufstellen. Hinter dir. Guter Pass. Hinter. Wann aber schnelle drei Sekunden. Wann aber schnelle drei Sekunden. Schnelle drei Sekunden wollte ich gerade sagen. Druck auf den Ball. Mädels nicht aufgeben. Weiter geht es. Genau. Wieder Pass. Guter Wurf. Spielt so weiter. Druck auf den Ball. Guter gesteilt. Tempo nach vorne. Schade. Genau. Sehr gut. Schade. Weiter geht's. Seht ihr nach hinten? Kommt. Und macht vorne auf den Balldruck. Nur bis für drei Linien. Das reicht. Wenn ich nicht springen würde. Passt! Schade. Wie viel ist das? Wie viel? Das ist wie viel? Der erste Runde. Erste. Sprecher. Applaus Sprecher. Box out. Gut. Weiter auseinanderziehen. Guter Wurf. Sprecher. 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 Guter Wurf? Schade. Weiter geht's. Traut euch zu werfen. Sprecher. 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 Gut. Weiter geht's. Ich dachte, du verschritt Fehler. Eigentlich ist er hochgehopst. Achso, okay. Druck auf den Ball. Druck auf den Ball. Tempo. Warte, warte, warte. Der Schiedsrichter, genau. Was? Schiri? Kannst du mit dem Partner das mal so fern, dass sie sich da ein bisschen konzentrieren, weil die gucken nämlich mehr aus Händen, sag ich mal, als auf der Spiel. Nur, dass du ein bisschen drauf achtest. Ach, achte mal ein bisschen da drauf. Die gucken nämlich mehr auf ihr Handy, als auf der Spiel. Konzentriert euch mal da ein bisschen. Freilaufen! Gut. Ist okay, weiter geht's. Hinten aufstellen. Ja, ich glaube, jetzt war einer zu viel. Wie viel Zeit ist noch? Na, äh, wie viel Zeit? Druck auf den Ball. Okay. Dann nehme ich gleich noch eine Auszeit. Druck auf den Ball. Druck auf den Ball nach oben. Tempo. Weiter aufstellen. Außen, genau. Noch zehn. Rebond. Auszeit. Ach so, okay, hat er nach hinten geworfen. Ich hätte jetzt gedacht, okay, jetzt Auszeit. Auszeit. Weiter aufstellen. Ach, Mist. Ja, hinten hin. Nach hinten. Na, wo und Klara macht vorne bei der 30 Druck drauf. Ah, ärgerlich. Gut. Guter Wurf. Nice. Sehr gut. Und Defense. Umdrehen. Schneller umdrehen. Guter. Zähl. Weiter geht's. Hinten hin. Genau, macht da richtig Druck. Ruhiger. Genau. Oder, schade. Weiter geht's, weiter geht's. Passiert, passiert. Na, hinten. Die 26. Gut. Gut aufgepasst. Mädels, seht es mal selber. Nicht, dass ich mal das ansagen muss. Weiter aufstellen. Ihr seid doch zehn. Genau, perfekt. Zum Ball. Nicht da stehen. Nice Defense. Sehr gut. Der zu... Kops. Oh. Oh. Jetzt riecht auch nicht. weiter geht's, weiter geht's, passiert. Passiert. Mann, ey. Weiter aufstellen. Ruf. Trau dich doch zu werfen. Jelin, trau dich zu werfen. Freier stehst du da nicht. Jelin, geht's, oder muss ich wechseln? Hörst du gar nicht. Komm, verteidigen. Druck auf den Play. Macht ab. Boah. Oh, sehr gut. Namo, Namo, guter Fake und gut durchgegangen. Perfekt. Ein Ruf. Ein Ruf unten. Stellt euch so auf, wie wir es gemacht haben. Komm, eine Reihe, zack und durch. Mist, mitgesehen. Schade. Puff. Oh. Kara, wurf doch. Da. Wurf. Trau dich da zu werfen. 30 Sekunden, wir spielen los. Ihr könnt euch nicht darauf verlassen, dass die anderen immer werfen. Freilaufen. Gut. Ruf. Weiter. Weit aufstellen. Ruf. Und wurf. Nein. Lieb. Hast du noch? Gut. Ah, wurf. Ach, scheiße. Ja, sorry, ich hab's nicht gesehen. Mein Fehler. Umschalten. Druck drauf, Kara. Wie lange ist das noch? Zeit. Okay. Guter Buch. Und nicht, umschalten. Kommt da einfach so durch, ey. Unser Einwurf. Spielerwechsel. Spielerwechsel. Ball. 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 Nicht so hektisch. Klar, er macht nicht genau, perfekt. Ja, das ist eben noch schwierig hier am Anfang. Ball. 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 7, 6, noch 6 Sekunden, 5, 4, 3, 2, 1, Schluss.